moin moin leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play crossfire nein ich will nicht dein freund werden ich bin der host und ich mach GAU so genau ich will noch ein bisschen spielen ich habe ja noch das MG3 LM vom Partail und dann habe ich mir überlegt ja komm hier spielst du noch mal schnell ne Runde Hero Mode gut ähm ja bis jetzt wieder alles hier ganz normal am laufen jetzt kommt auch wieder auch anderen Stuff außer Crossfire kam ja nur ein paar Tage lang Crossfire weil ich zu viel zu tun hatte und Crossfire ist ja wichtigsten im Moment auf meinem Kanal deswegen muss das halt weitergehen ähm so hallo Parkour was geht hier war jenkins das geht voll auf was das ist mir scheißegal das geht voll auf was äh ja ja leg dich mal hier hoch ja ja komm hol dir noch ein Problem na egal ne jetzt sind wir schon zu zweit oder sie sind zu zweit so gleich bekommst du mich nicht als Hero Kollege Wartwurz naja ich nachladen du bist auch mit mir oben und ich schiebe ihn einfach gar einfach wieder runter und einer von hinten halt ich will auch mal gucken nicht dass einer wusch von hinten kommt und dann bin ich voller Marsch ich hab nicht mehr so viel äh bis am Marsch der koscher durch die andere sich zu nähern nähern nur mir leid aber jungs da ist noch einer weil sie zu doof seit um mich zu kriegen da ist noch einer da unten drinnen ich habe das Gefühl dass ich gleich gekickt werde das bedeutet krieg ihr scheiß kackfiecher warum kommt so weit du scheiß ding wo ist ein hässlicher freund da bekommst du nicht trotzdem nicht da fast hätte ich ihn noch umgebracht so erfolgreich gegen zwei mutanten überlebt obwohl knapp wurde hätte er noch mal gehillt wäre ich ja halt im arsch da hat mir die weste mein arsch gerettet wenn man sich übrigens eine weste kauft für den hero mode und dann hero ist dann hat man zwei westen das ist auch geil hat man als hero zwei westen naja jetzt bist du wieder mutter und scheiße da meins 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 awm pro und hero mode meins 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 kam kam jaja schiebt sich mal aus jetzt warum musst du nachladen ja jetzt musst du nachladen ja vorteil von MGE ist wenn die 130 Schuss haben und nicht nur 35 nom 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 von mir sind aber auch nur nutzen obwohl ich in UK 4 bin nicht doch in UK 4 komm schon was die leute mehr zum liefern oder sterben ich komme mit dem umgehen noch auf weniger schaden hat die komponien von folien folgt ja von ihm er kommt ja sauber best friend forever um nur vor Läger 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 und Das ist lecker, hab ich recht? Ja, schieß mich ab. Nein, nicht ins Gesicht. Oh, 200 HP noch. Ich bleib mal hier drin. Los, geh raus. Hätte er mich öfter ins Gesicht getroffen haben, wäre es um mich geschehen. Jo, jo, jo. Jo, 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 gut. So, das reicht erstmal. Ja. Dort die Ton regelt. Hm. Ach, schade. Ich würd schon sagen, der kriegt den nicht, dann gibt's Ärger. Juhu, endlich auch mal eine Goldpumme ist hier drin. Piu, 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 piu. Ja, normalerweise hat das Ding fast 700 Schuss, über 700 Schuss. Aber, aber ich hab jetzt kein Mutanten-Mg-Magazin oder so, keine Ahnung. Ist abgelaufen. Muss ich erstmal wieder für sparen. Ja. 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 Ich hab's das Ding. Ja. Ja, ich hab's auffordernd. Ja. Ja, die Autor. Ja, das wäre hier, das wäre schön. Ja, das wäre schade. Boah, ja. Euro und gut geblieben Jürgen Jürgen die Kürtel hier mann jährlich ist wieder da musste die Waffe einzig genannt herbert nachher wird es irgendwie zu herbertig ja mini passt Spezielle ist das B Oben ist einer. Noch mal kurz geguckt, ob ich gekickt werde. Hier ist irgendwie keiner mehr. Da vorrackt. Da wurde einer. Da guckst du nicht an. Spaß. So. Nö. Hau ab. Tief. Apika. Guck mal, was ich hier habe. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Das. Du hast nur eine scheiß Apika. Okay, das war jetzt ein bisschen angeber. Aber egal, wenn man es hat. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Warte, ich bin. Ich bin hier vielleicht noch ein anderes Gebrauch. Komm, drei, drei. Na, komm. Scheiße. Nein. Ich bin so ein Lappen. Da lebt man genau im falschen Moment noch und schon ist man am Arsch. Das. Komm, 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 komm. Komm. Du willst stressig kommen. Ja, hier. Weil super einfach, ne. Weil super schwer wird. Ich bin ein normaler Mutant, ich kann nicht mehr geh toten. Da oben ist der letzte. Sagen wir mal den anderen Bescheid. Enemy spotted. Enemy spotted. Na, komm, na, komm, na, komm, na, komm, na, komm. Na, komm, na, komm. Ach, scheiße. Das wird zum Bimot. Nix zum Bimot. Nix zum Bimot. Na, 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 na. Na, 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 na. Ablenkungsmanöver. Aha, 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 aha. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, nee, wie noch ein Kollege von mir. Äh, ich bin ja so motiviert, nein. Hm, 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 hm. um Kuckuck und den Kloch heute und auch mal da kommt und geht ins Loch und geht in den Kopf ja genau so ich bin heute etwas überdreht und kürzeln und die ja herrn so wollen zwei Nordkollege warum nicht es wird so gut ich rede von Norden der Kumpel gibt und das hat sich nichts damit zu tun dass er aus Ägypten kommt aber den Schlappi mir und jetzt seid ihr dran und und wenn ich die Kürtel und holt und die immer wieder daran wird und pot because of as bad I get du kenn ich jetzt mal einfach hier hin und Worte und meine Waffen sollen nicht sehen aber die ist immer noch am besten dafür auch nur noch drei Tage lang die Worte das helfen wir hier alles jetzt immer wenn ich daran immer wenn ich das sagen muss ich dann noch mehr Ohrwürmer Denken Ohrwürmer Ja, den Mutanten gehen wir hier gerade Das ist mal der erste Sterben, dann haben wir wieder 20% mehr Schaden Also von Mutanten-Mode oder Hero-Mode oder Hero-X-Mode, Dings-Boomster Oh, der hat kassiert Boom 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 Hi Ich bin wieder da Ich habe in die Seite gewechselt Alter, ich sehe nur noch Farben Alter Alter Like a dubstep Ja, ja genau Genau Du Du scheiß Lecker Oder whatever Der ist einfach durchgekommen Das geht nicht Das geht nicht, klar Leute Habt ihr es gesehen? Nein, man kann auf den Ball haben wie man will, er kommt näher Das gibt's doch nicht, ich hätte noch so viele schöne Punkte machen können Ähm Komm, kauft euch erstmal Waffen, ich will blowen Danke Na, es hat's hat, sieht aus wie von Aldi Warte, wir kämpfen jetzt nur hier drin, ne? Haha, das meine ich Da kommen hier bestimmt ein paar rein, die hier rein holen Och, komm, komm, komm Puh, ich geh da jetzt nicht da hin, ich bin doch doof Ich guck erstmal nach Ander ran Gibt's irgendwo Ander Gibt's irgendwo Ander Ich bezweifle das zwar, aber Pro et ok So, wenn wir'n dann Der, man, der Mond, der Wie bin ich hierher gekommen, Ende So Hier gibt's keine Die